Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Lukas und mit dabei ist der Leon. Hi. Und wir werden jetzt eine neue Serie starten in Geometry Dash. Wir werden nämlich irgendwelche Level spielen, die wir noch nicht kennen, wie ihr hier seht. Abhin noch 0%, Leon auch. Und wir werden versuchen, innerhalb von 5 Minuten, werden wir uns beide battlen jetzt, das ist nicht nur meine Sicht. Und wer den meisten Prozente hat, der gewinnt den Halt. Und das geht jetzt immer so weiter, ich werde die Punkte dann unten in der Beschreibung machen. Man darf nicht den Practice Mode benutzen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, darf man diesen Versuch noch beenden, den man gerade am Laufen hat. Und wenn man betrügt, dann kriegt man Minuspunkte. Wenn man ein Level geschafft, dann kriegt man 3 Punkte plus. So, das sollte alles gewesen sein, was man hier zu sagen hat. Das wäre vielleicht Metal Shock by Pokey und die Musik Whirlwind by Jumper. Und es geht 3, 2, 1, los. Loll, 11%. 10%. Loll, 11%, das habe ich gleich gesehen. Das ist mies. Ach, lol. 10%. Loll, man fällt runter. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Ja, ich habe schon weiter geguckt, ob da wieder so ein Ding auf dem Boden liegt. Ich auch. Scheiße, Alter. 13%. Nein, ich habe schon wieder nicht aufgefasst. Ich missgeburt. Nein, Alter. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob ich ein bisschen aufgefasst habe. Oh, ich habe 15. 27%. Was lebt, ist nice. 26% leuchtend, bin beim Fliegen direkt in die Luft geboostet worden. Ich auch, habe ich 27% geflickt. Loll. Scheiße. Ich habe halt nebenbei auch nochmal gedrückt, weil, ja. Ja, eigentlich nicht. Ich habe das erwartet, aber ich bin halt sofort. Danach. Umgeflogen. Ist der wieder voll klar. 27%. Das sind 32%. Das Fliegen geht eigentlich, du hast am Anfang nichts drücken. Ja, ich weiß, das habe ich gerade gemacht, aber ich bin trotzdem noch mal reingeflogen. Ach, lol, da ist was dran. So, der ist noch 3 Minuten 20. Oh mein Gott, was mache ich denn da? Ich bin voll der Fragit. Nein, das bist du nicht. Scheiße, ich bin voll der Fragit. Scheiße, 28%. Ich muss das noch mit dem Timing da hinkriegen beim Fliegen. Okay, das Level werde ich auf jeden Fall nochmal privat komplett durchspielen. Ich denke, ich mache das Level ist wirklich nice und gar nicht so schwer. Bis jetzt, ich weiß nicht, was da hinten noch für 5-fach-Speed-Fliegen scheiße kommt, aber... Hast du auch schon gesagt, dass wir nur die Featured-Level spielen? Äh, irgendwelche Online-Level habe ich gesagt, 32%. Ja, momentan spielen wir die Featured-Level. Genau, momentan spielen wir die Featured-Level. Auf der dritten Seite sind wir gerade, weil wir schon ein paar... Ja, weil wir das schon mal privat gemacht haben und gedacht haben, wir können mal aufnehmen. Ja, also beim momentanigen Stand sind wir auf Seite 3. Ja, und im nächsten Part werden wir auf der nächste weiter machen. Ja, weil das das letzte Level ist. Genau, erst mal. 45%. Als ob, alter, glaub doch an Gott, ey. Hier, was ist denn das denn? Ach, 32, ich bin immer, ich verkack' immer mal ein bisschen. Ich bin mal Ball gestorben, du willst, das? Ball, oh mein Gott. Scheiße. Aber das, das ist gar nicht so schwer. Ich bin nur dumm gestorben, glaube ich. Ich habe hier einen Pallfahrt von Laufschlecken. Ich komme beim Fliegen nicht klar, weil ich behindert bin. Ja, okay, dann lass mal rein, halt gut. Ich möchte wissen, wir hatten gerade schon eine Aufnahme gehabt. Wahrscheinlich existiert die nicht mal mehr, oder? Ne, der existiert nicht mehr, ja. Und da hat der Leon gewonnen. Schon wieder da. 33, wie viel hast du noch mal? 47 war das, glaube ich, oder? 45. Eigentlich ist das Level sogar relativ kurz. Relativ kurz, ja. Ich glaube, das ist Medium, wenn es sein muss, von der Länge her. Kann sein. Wenn der Flugpark etwas lang ist, kommt es mir nicht mehr nach vor. Ja, ich kriege es nicht hin, Alter. Das ist voll unmöglich. Nein. Es ist unmöglich, warum ich das nicht hinkriege. Noll, noch 30 Sekunden hast du, ne? Ja, im Fliegen bin ich ehrlich so der Profi. Nein, dafür bist du bald der Profi. Nein, da kann ich das Fliegen schon doch ein bisschen besser. So. 45 Prozent, das kann echt nicht sein, denn ich bin noch aus dem Backel gestorben. Weil der den auch nicht richtig getroffen hat. Er hat den auch nicht richtig getroffen. Noch 10 Sekunden hast du, ne? Aber du bist trotzdem weiter, oder was? Ne, auch gleich. Oh shit. Ich bin beide dann einfach. Okay, ich bin draußen, weil ich scheiße war. Und mich dieser Sound nervt. Gut, machst du es noch draus, oder? Nicht mehr. 65 Prozent. Okay, scheiße. Holy fuck! Ich hab aber schon gemerkt, dass das... Ich hab den Ballpart blind gemacht und dann noch den Ufo-Part danach. Ja, okay, nice. Alter, scheiße. Das war's dann, denke ich mal, auch mit der Folge. Das ist nur eins. Ähm, wir werden übrigens Demand-Devil auslassen. Erstmal. Wieso ist da ein Demand-Devil? Äh, ja, für den Demand-Devil ist das übernächster. Ich teste das mal. Ähm, ich... Okay, das ist... Ach, das! Oh mein Gott! Demand-Devil, weil wir beimnächst mal National Theory spielen. Was ich auch gleich schon mal vote. Und... Ja. Bis dann. Wir sehen uns dann am nächsten Tag. Ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen öfter machen als die normalen Level. Also dann, haut rein, Leute. Ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.